Los geht's Freunde, nur keine Müdigkeit vorschützen! Was ist das denn? Ein Haufen voller Waddle Deez rollt auf uns zu! Uah, weg hier! Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Kirby Star Allies. Ja, auf Katze! So, jetzt haben wir hier den Traumpalast und da gibt es einen Zauberstab. Willkommen im Traumpalast. Dies ist der Traumpalast. Mit Hilfe des Traumzepters kannst du hier einen Traumfreund treffen. Berührst du das Traumzepter, beginnt das Roulette. Drücke A, um einen Traumfreund zu rufen. Okay, ich bin gespannt, wer mein erster Traumfreund sein wird. Und los geht's! Ich wähle... Oh, wer ist das denn? Ach, den kenn ich! Ach, der Gui! Aber wen nehmen wir raus? Ich glaube, ich nehme Feinstein raus. Und jetzt haben wir Gui dabei. Gui ist ein Charakter aus Kirby's Dreamland 3 für den Super Nintendo. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel, welches auch auf den Nintendo Switch spielbar ist in der Virtual Console. Müssen wir mal gucken. Super Nintendo, da ist Gui dabei. Und... Blizzard Bomben! Der Angriff steigt. Dankeschön, lieber Chili. Das ist ja schön. Aber Moment mal. Dich kenne ich auch aus Kirby's Funpack. Auch so ein älteres Kirby-Spiel. Und das ist der liebe... Ja, wie heißt denn der jetzt? Äh, äh, Jim! Jim ist sein Name, sehe ich gerade. Unten seht ihr die ganzen Namen von den Charakteren. Jim, der Jojo-Kumpel. Könnte auch sowas wie ein Baseball-Spieler sein. Da er aber ein Jojo als Waffe besitzt, ist das wohl eher ein Jojo-Spieler. Falls man das so sagen kann. Jemand, der ein Jojo besitzt. So, können wir uns darauf einigen? Hihi. Okidoki. Achtung, kleine Schweinchen. Die sehen aus wie die neuen Schweinchen aus Pokémon Karmesin und Purpur. Auch wenn das Spiel noch nicht veröffentlicht wurde, gibt es ja diesen Hinweis auf ein paar neue Pokémon. Und was gibt es hier? Die Sprudelbomben. Ok, das ist spannend. Aber Moment mal. Die Sprudelbombe hilft mir hier nicht weiter. Ich brauche eigentlich eine Feierfähigkeit. Übrigens, die Sprudelbombe, die gerade explodiert ist. War super cool. Wisst ihr warum? Sah irgendwie aus wie eine Wasserbombe. Ja? So Luftballons mit Wasser gefüllt. Jetzt habe ich einen Brutzeljojo. Ah, ok, ok. Ich verstehe schon, was ich machen kann. Hier die Lunte entzünden. Und dann kann ich mit der Kanone nach oben fliegen. Boom! Und da gab es ein, zwei Puzzleteile. Mehr nicht. Aber das ist schon ok. Ok, jedes Geheimnis wird von mir gelöst. Zumindest versuche ich das. Ob ich es am Ende schaffe? Tja, das hängt davon ab, wie schlau und wie gut ich im Spiel bin. Ich meine, wie gut ist klar. Denn ich muss ja meine Gegner hier besiegen. Und wie schlau auch. Denn man muss ja sein Köpfchen anstrengen. Man muss überlegen, wie kann man welches Rätsel lösen. Ok, lasst uns gemeinsam die Tür öffnen. Und dann geht es rein, meine lieben Freunde. Oh! Was haben wir hier? Ah, ein paar Freunde von uns sind oben. Kirby und Jim sind unten. So, ich hoffe, Gooey und Chili können da oben helfen. So, dann holen wir uns das Puzzleteil. Komm mit, Jim. Wir helfen Gooey und Chili. Und sie helfen uns. Zack, sind wir wieder zusammen. Ist das nicht schön? Hier müssen wir auch regelmäßig mal reinschauen. Denn da gibt es tolle Extras zu finden im hohen Gras. Das sollte man auf jeden Fall verbrennen. Oder aber mit der Schwertfähigkeit, Bummerangfähigkeit. Oder mit einer anderen Schneidefähigkeit das Gras wegschneiden. Schaut mal. Die Waddle Dees laufen hier herunter. Und wer bist du denn? Dich will ich als Freund haben. Du bist der Westerner. Hallo Westerner. Schöner Name. Ich bin so ein bisschen wie, wenn auch etwas weit hergeholt. Wie Werner. Wir nennen ihn Werner. Komm mit, Werner. Achtung. Oh, oh, oh. Da kommen die Waddle Dees. Ja, 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 ja. Komm wieder heruntergepurzelt. So, lieber Werner, lieber Jim und lieber Gooey. Oh, ho, 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 ho. Schnell weg hier. Die Waddle Dees rollen auf uns zu. Oh, wobei die sollten uns nicht mehr kriegen, oder? Aber cool. Super lustig. Und dann haben wir hier in der Kiste noch ein Puzzleteil. Sehr schön. Dann geht's hier durch. Nächster Abschnitt. Die Puzzleteile können auch so ein bisschen an Banjo Kazooie erinnern, oder? Da geht's ja auch um Puzzleteile. So, den Sternen krallen wir uns. Vorsicht, die Waddle Dees räumen hier witzig herunter. Sollten uns aber nicht weiter stören. Da ist nichts mehr. Gut. Ich möchte nicht zu schnell durch das Level laufen. Ihr kennt mich ja. Ich erfunde lieber, um auch kein Geheimnis zu verpassen. Und ich sehe schon, aha. Da können wir gleich durch die Kanone schlüpfen. Hier muss es also irgendwo eine Lunte geben. Oh, was? Ah, nee, nee. Kann ich hier aktivieren. Schnell zurück, Freunde. Schnell zurück. Jim. Westerner. Hui. Springt in die Kanone und macht euch bereit. Let's fetz. Und los geht's. Naja. Ein klitzekleines Geheimnis. Oh, oh, oh. Schnell, schnell, schnell. Da kommen wieder die Waddle Dees heruntergepurzelt. Und ich finde einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel öffne ich das Tor und komme zu einem geheimen Schalter. Sehr schön. Lustiger Pflaster, den du da im Gesicht hast. Ein Zusatzabschnitt. Durch Verwenden eines großen Schalters wurde ein Zusatzabschnitt auf der Weltkarte freigeschaltet. Cool. Also wieder ein Extra-Level für uns. Das läuft hier richtig gut. Kirby. Juhu. Weiter geht's. Hallo, Jimmy. Ich nenne dich jetzt Jimmy, okay? Jimmy ist ein schöner Name. So. Juhu. Da kam wieder dieses Pokémon. Und dann geht's da rein. Achtung. Noch mehr Ferkel. Noch mehr... Sind das Filzschweine? Könnte ja durchaus sein, oder? Wow. Ey. Könnt ihr mir helfen? Danke, Westerner. Du hast mir wirklich das Leben gerettet. Vorsicht. Die sind hier überall. Und attackieren und schleudern die Waddle Dees durch die Gegend. Also hier geht's wirklich zur Sache, Freunde. Feuerfähigkeit? Soll ich die nehmen? Ich nehm sie mal mit. Nur für den Fall der Fälle. Zack. Jetzt bin ich Feuer, Kirby. Schade. Ich fand den Jojo ganz nett. Ah. Okay, okay. Alle in die Kanone, Freunde. In die Kanone. In die Kanone. Schnell. Okay, okay. Macht euch bereit. Kabuum. Ist das lustig. So, so cool. Oh, wir haben ein geheimnisvolles Puzzleteil gefunden. Und hier geht es ins Ziel. Moment, Moment. Ich ahne da etwas. Habe ich was vergessen? Was ist rechts unten? Auf der rechten Seite. Das würde ich gerne sehen. Oh. Eine andere goldene Tür. Ist es egal, welche man nimmt? Und ich gehe auf Nummer sicher und nehme die Tür, die theoretisch schwieriger zu erreichen ist. Und das ist natürlich die, die da oben ist. Ob das relevant ist? Ob das wichtig ist? Ich bin ganz ehrlich. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber sicher ist sicher. Wir wollen das Spiel ja wirklich durchspielen. Und nehmen da jedes Geheimnis gerne mit. Und ab durch die Tür. Damit, Freunde, haben wir es geschafft. Mit Jim, Westerner und Gui. Boom. Komm, komm. Auf die Eins. Auf die Eins. Ja, 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 ja. Oh, wir haben es geschafft. Ach, verrückt. Im ersten Part haben wir es nämlich nicht geschafft. Aber jetzt im zweiten läuft es richtig gut. Und Jim ganz cool mit dem Daumen hoch. Yeah, Daumen hoch, Jim. Ja. Danke dir. So. Jetzt werden hier die Puzzleteile verteilt. Und hier haben wir nur eins dazu bekommen. Interessant. Und hier drei weitere. Sehr schön. Dann würde ich sagen, das nächste Level schreit bereits nach uns. Fruchtiger Forst. Hm. Lasst uns erst einmal nach unten gehen. Extra erklär. Noch mehr Abenteuer. Ein Zusatzabschnitt wurde freigeschaltet. Ja, das machen wir ziemlich gut, denke ich. Alles gefunden. Und dann geht es hier weiter. Im Extra erklär gibt es ein verstecktes Puzzleteil. In Regenbogenfarben. Und hier haben wir den Klassiker. Was die Musik angeht. Aber klar, am Hintergrund erkennt man bereits, dass wir... Janin. Wer bist du denn? Ninja. Nur die Silben wurden vertauscht. Jan. Oder Janin. Janin. Wir nennen einfach den Ninja Janin. Genau. Sehr cool. Ja, entschuldigt bitte. Was ich sagen wollte. Ähm. Typische Musik und typischer Hintergrund. Wir sind ja auf Planet Pop. Die Heimat von Kirby. Und da sieht es eben so aus, wie es hier aussieht. Wir kriegen keine besondere Fähigkeit mit dem Feuer. Oh, wo muss ich hin? Oben oder unten? Ähm. Ich gehe mal oben lang. Hier gibt es Sterne für uns. War das richtig? Kann ich nochmal zurück? Moment, Moment. Kann ich noch den unteren Weg wählen? Ne, sieht nicht so aus. Da komme ich nicht durch. Okay. Westerner. Janin. Und Jim. Lass uns weitergehen. Hier komme ich leider nicht runter. Gut. Ist ja auch halb so wild. Oh. Neue Wege. Wo wollen wir diesmal hin? Ich hole mir erstmal diesen Schirmwaddle. Der ist cool. Schirmie heißt der. So. Jim. Hauen wir raus. Und dafür haben wir unseren neuen Kumpel. Soll ich da einfach durch? Oh nein. Das war nicht richtig. Ah. Wisst ihr was? Ich glaube, ich muss die Schilder beachten. Das Schild links, welches hinter diesem Kasten versteckt war, hat nach oben gezeigt. Und das ist die Lösung hinter diesem Rätsel hier. Okay. Ich habe es verstanden. Allerdings leider ein bisschen zu spät erkannt. Beim nächsten Rätsel achte ich aber darauf. So. Schirmie. Danke, dass du hier mit deinem Schirm auch ein bisschen Wasser spritzen kannst. Mit deinen Regentropfen. So. Dann kommt hier schon direkt der Schalter. Das ignorieren wir. Und jetzt Schirmie kaputt machen. Die Schilder zeigen weiter nach unten. Pfeil nach unten. Und hier unten. Pfeil nach rechts. Komm mit, Westerner. Jetzt müsste das aber stimmen. Und wir schalten. Jo. Ein paar Puzzleteile frei. Sehr gut. Mehr gibt es hier nicht. Dann ab durch die Tür. Nächster Abschnitt. Di 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 di. Wow. Oh, alles brennt. Also ein bisschen gefährlich ist es schon, was Kirby macht. Sollte man natürlich nicht nachmachen. Doch unabhängig davon gibt es eine solche Fähigkeit ja im echten Leben ja sowieso nicht. Dass man irgendjemanden einsaugt und plötzlich besitzt man deren Kräfte. So. Moment. Dieser. Ah ja. Ich dachte schon. Dieser Muehbaum kam mir ein bisschen komisch vor. Danke, Janine. Und zack. Wir kriegen den Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir irgendwo ein Tor öffnen. Ah ja. Hier direkt. Und kommen zu drei Puzzleteilen. Sowie die Möglichkeit vier Schalter zu aktivieren. An vier Schaltern zu ziehen. So. Kräftig ziehen. Und bumm. Dann lassen wir schnell nach oben schweben und durch diese geheimnisvolle Tür gehen. Ein kleiner Bonusbereich. Ich bin gespannt. Erstmal erkunden wir den Bereich überall Waddle. die sogenannte Pappenmarschee. Wisst ihr was? Gerade muss ich an Paper Mario The Origami King denken. Da gab es doch in der Stadt auch diese riesigen Goomba-Gegner. Oh. Die Lunte ist auf der linken Seite. Das hatte ich vorhin übersehen. So. Moment. Dann müssen wir kurz zurück. Autsch. Und hier unten. Lunte aktiviert. Schnell nach oben, Freunde. Schnell nach oben, Freunde. Schnell, 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 schnell. Beide euch. Wir müssen nach unten. Und jeder in eine Kanone rein. Jeder in eine Kanone. Schnell, 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 Freunde. Gut, gut, gut. Okay. Alle sind bereit. Und jetzt werden wir einmal nach oben katapultiert. Mit voller Wach. Kabuuu. Macht euch auf was gefasst. Jetzt kommen wir. Ist das eine starke Sache. Und da gibt es ein buntes, farbenfrohes Puzzleteil. Ab durch die Rollen. Oh. Die schon wieder. Da kommen die Waddle Dees angerollt. Los, weg hier. Schnell nach oben. Da nach oben können sie uns eigentlich nicht folgen. Oh, Janine, beeil dich bitte. Boah, Janine hat es gerade noch geschafft. Okay. Euch geht es gut. Und Westerner braucht unbedingt Energie. Ich hoffe, dass wir demnächst Energie bekommen. Die Waddle Dees sind zurück. Behalte euch, Freunde. Oben nach oben. Und weiter nach rechts. Zack. Und weg. Zack. Schnell, 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 schnell. Achtung, Achtung. Hier purzeln sie bestimmt herunter. Ja. Und adios, amigos. Einmal komplett weg. Und jetzt geht es hier draußen weiter. Oh, hallo, Janine. Aber wir benötigen deine Fähigkeit nicht. Das sind übrigens ganz neue Fähigkeiten. Also, wenn wir jetzt nur an Kirby und das Vergessene Land denken. Wow. Bonkers. Dich kennen wir doch. Dich kennen wir sogar sehr gut. Deine Hammerfähigkeit hat uns schon sehr oft geholfen. Kirby und das Vergessene Land. Und den haben wir. Komm, komm. Sei unser Freund. Bitte. Ja. Bonkers ist bei uns. Ich nehme unseren lieben Kumpel hier raus. Und dann geht es jetzt zu dritt weiter. So, haut schön auf den Putz. Western Eye ist jetzt zwar nicht dabei. Aber ich würde gerne die Strahlhexe besiegen. So lautet ihr Name. Was man rechts oben sehen kann. So, Achtung, Achtung. Macht die Strahlhexe platt. Oh, oh, oh. Die hat da was Schönes gezaubert. Eine schöne Skulptur. Doch, wir konnten sie besiegen. Und sie ist unser Freund geworden. Die gute alte Strahlhexe. Ich nehme mir mal den Schirmmodel, die raus. Und sie kann anscheinend Bilder malen. Mal gucken. Ich kenne diese Fähigkeit auch noch nicht. Von der Strahlhexe. Deswegen bin ich gespannt. Was das genau bringt. Und wie wir damit vorankommen werden im Spiel. Sehr schön. Weiter nach oben. Und durch das goldene Tor. Denn das bedeutet, wir haben wieder ein Level gemeistert. Und jetzt lasst uns mal volle Kanne nach oben schleunen. Sogar bis zu eins. Wow, wie cool. Mit Janine Bonkers und der Strahlhexe. Und Kirby natürlich auch. Schön. Sehr, sehr schönes Spiel bisher. 23 Leben haben wir sogar. Und 10 Puzzleteile für dieses Puzzle. Sowie ein farbiges Puzzle für das hier. Sehr schön. Dann haben wir dieses Level auch gemeistert. Extra Eckleer. Dann würde ich sagen, auf geht's hier rein. Zu Fruchtiger Forst. Das sieht aus wie das Level vom ersten Endboss im Spiel. Moment. Ist der Westerner wichtig? Nee, oder? Ja. Ah, vielleicht doch. Ich nehme den Westerner mal mit. Play ist sehr wichtig für uns. Ich versuche auch immer im Spiel meine Fähigkeiten zu wechseln. Oder auch meine Freunde. Weil eine Welt, in der man eine ganz besondere Fähigkeit bekommt, könnte relevant sein für die Rätsel in dieser jeweiligen Welt. Also, falls ihr das Spiel selbst mal spielt. Vielleicht kennt ihr es ja auch schon. Ist ja schon ein paar Jahre draußen. Ist kein neues Kirby-Spiel. Aber falls ihr das noch nicht gespielt habt, dann denkt an diesen Tipp, regelmäßig eure Fähigkeiten zu wechseln. Und wir finden natürlich ein neues farbiges Puzzleteil. Also, lasst uns diese Unverwundbarkeit noch schnell nutzen, solange wir können. Bis sie, ja, weg ist. So wie jetzt. Nun gut. Dann klettern wir hier mal vorsichtig nach oben. Machen all unsere Gegner platt. Das gilt auch für diesen Feuer, Heini. Und lösen die nächsten Rätsel, die hier schon auf uns warten. Wieder ein Puzzletall. Und nach oben. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Hey, Pipo Peng. Entschuldigung, aber du musst weichen, mein Freund. Und ab durch das Tor. Das sieht nach Endgegner aus. Kommt jetzt gleich ein Endgegner? Oh, was ist das denn? Äh, das überprüfe ich gleich. Ich laufe erstmal weiter. Schirmgegner, Feuer, Gym. Moment, Moment. Was genau ist das? Was ist das für eine Bodenplatte? Was können wir damit tun? Lass uns das mal rausfinden. Zurücksetzen. Oh, was? Ah, ich habe meine Freunde sozusagen abgelegt. Ah, und jetzt habe ich die Hammerfähigkeit. Okay. Und jetzt bin ich der Künstler. Kirby als Künstler. Ach, wie schön. Wie lustig ist das bitte. Moment. Und wie setze ich nochmal die Fähigkeiten? Ach so. Ich werfe die Herzen einfach auf diese Waffenauswahl. Okay, okay. Verstehe. So, Bonkers. Den Maler nehme ich mal selbst auf. Den würde ich gerne spielen. Und dann nehmen wir noch den Westerner. Gut. Mit unserer lustigen Truppe kann es jetzt weitergehen. Ah, ist das cool. Kirby als Maler. Kirby als Künstler. Sehr schön. Kirby hat sogar Farbe im Gesicht. Das macht es umso sympathischer. So, wen haben wir denn da? Natürlich, der Klassiker. Der erste Gegner in fast jedem Kirby-Spiel ist immer der Baum. Ja, mit Ausnahmen. Wächter des Waldes. Wispy Woods. Hallo, Wispy Woods. So, dann male ich dich mal an. Und die anderen setzen ihre anderen Fähigkeiten ein. Leo Loder setzt sein Feuer ein. Bonkers seinen mächtigen Hammer. Und Westerner seine Peitsche. Und damit hätten wir schon mal fast die Hälfte der Energie abgezogen. Ja. Minimal. Was geht noch? Jetzt. Mehr als die Hälfte. Und einfach draufklatschen, Freunde. Und ich kann sogar besondere Fähigkeiten einsetzen. Wie viel zum Beispiel. Wie habt ihr das gesehen? Dieser pixelige König DDD. Den habe ich gerade gerufen. Indem Kirby einfach auf einer Leinwand etwas malt. Schaut mal jetzt. Zack, zack. Meta Knight. Meta Knight aus dem ersten Kirby-Spiel. Ach, wie stark. Ey, Freunde. Soll ich noch ein Bild für uns malen? Kein Problem. Guckt mal. Ein dicker Kirby. Ein dicker Kirby. Ach, war das lustig. War das cool. Der erste Endboss im Spiel. Der war ganz nett. Natürlich keine Herausforderung. Aber das ist eben normal für den ersten Endboss. Huch. Da ist das böse Herz. Haben wir damit den Baum wieder freundlich gemacht? Wahrscheinlich schon. Aber wo geht es jetzt weiter? Oh. Das ist das Schloss von DDD. Schlagabtausch im Schloss von DDD. Okay. Ich glaube, das wird eine heikle Angelegenheit. Meine Lieben. Wenn ihr ein weiteres Video sehen möchtet, tippt hier auf das Video drauf. Dann bleibt katztastisch. Ja. Wau.